Heute wieder Neues von eurem Prinz Fabian. Eine Show ist nichts ohne Technik. Hallo liebe Facebook-Freunde, wir sind heute in Berlin und spielen im Tempoturm zwei Vorstellungen. Wie das Ganze so aussieht, das zeige ich euch jetzt. Bis dann, tschüss. Ja, in Berlin hinter der Wind, ihr seht schon, ich bin schon umgezogen. Und ja, ich führe euch mal ein bisschen rum, wie es hier in Berlin heute im Tempoturm so aussieht. Und dort ist unsere Steffi, die macht die ganzen Klamotten, die ganzen Kostüme, werden dort wieder vorbereitet. Und ja, hier ist unser Aufgang. Hier gibt es einmal eine Treppe, um hinter die Bühne zu kommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es im Zuschauerraum so aussieht. Und das sieht so aus. Schaut euch das an. Das ist unser Zuschauerraum. Und ihr seht schon fleißig, da werden schon unsere Komparsen einge-, ja, vorbereitet für die große Show. Denn wir haben immer in jeder Show ein paar Komparsen, die mit auf die Bühne dürfen. Und mit uns zusammen, uns Cinderella, mit uns allen Darstellern quasi natürlich, auf der Bühne stehen dürfen. Und wir wollen mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Und dafür gehen wir jetzt mal hintenrum auf die Bühne. Oh, hallo. Mach mal Winky, Winky in die Kamera. Ja, alle. Alle. Oh mein Gott. Wo sind wir überall? Überall. Wir sind noch in Oberhausen, in Düsseldorf, in Wien ganz am Ende. Aber guckt einfach mal auf unserer Homepage. Es gibt noch viele schöne Orte mit vielen schönen Hallen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.